Ganz schön viel Wasser. Ganz schön viel Wasser. Sie kommen auf drei Uhr. Warte! Mein Bruder dachte immer, ich kann alles schaffen. Dass ich besser wäre, als ich bin. Willst du so weitermachen? Dann endest du als Penner auf der Straße. Trainiere! Trainiere und streng dich mehr an als die anderen. Nun, dann gewinnst du. Das war die schnellste Runde in der Geschichte der Olympischen Spiele. Halte durch, dann kommst du durch. Festhalten! Hallo! Wir werden hier draußen sterben. Werden wir nicht? Glaubst du, dass ein größerer Plan dahinter steckt? Weshalb wir leben und die anderen nicht? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. So weg! Ihr seid Feinde vor Japan. Und wir werden euch auch so behandeln. Willkommen, sozusagen. Wir haben einen Olympiaathleten im Lager. Sieh mich an. Du bist nichts. Dieser Mann muss Respekt lernen. Alle Gefangenen hier werden es ihm beibringen. Den Krieg bis zum Ende durchhalten. Das ist unsere Rache. Halte durch, dann kommst du durch. Mach schon. Herr da! Mach schon! Herr da! Mach schon! Hallo Mutter und Vater. Hier ist euer euch lebender Sohn Louis. Das ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass ihr von mir hört. Ich bin unverletzt und bei guter Gesundheit. Wenn er ihn fallen lässt, er schießt ihn. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Komm schon! Wir werden hier draußen sterben. Werden wir nicht! Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.